Freunde, Junge der Banken, ich will die Spitzung nicht weiter ausbauen, bis wir uns persönlich sehen. Hey, meine lieben Freunde da draußen, was geht? Willkommen zu einem neuen, etwas anderen Video. Naja, nicht mit einem etwas anderen, aber nun mal mit uns eine Let's Play Reihe von Youtubers Live, weil die Geschenke hier abholt. Ja, in der letzten Folge haben wir ein neues Spiel bekommen. Was wir jetzt im Gameplay von machen sollen, werde ich jetzt einfach mal machen. Aber hinten dran hänge ich natürlich noch Zuschauer-Wunsch. Damit wir auch natürlich im Endeffekt wissen, ob wir es jetzt aus freien Bilden gemacht haben oder nur wegen dem Typen da. So, ja. Hier unten. Oh, das stimmt ja, wir müssen uns ja noch aufnehmen. So, fertig mit der Aufnahme. So, und es ist schon fast gut geworden. Und ja, ich wollte jetzt wieder anreden, aber ich habe es einfach wieder vergessen, also ich weiß mittlerweile nicht mehr weiter. Tutorial überspringen, bitte was? Tutorial überspringen, bitte was? Ich klick einfach mal drauf. Oh nein, ich habe vergessen zu lernen. Scheiße, da war ja noch was. Vor allem, wie ich die Aufnahme beendet hatte, also die letzte Folge. Da habe ich direkt weiter aufgenommen. Ich meine, in der letzten Folge hätten wir am Ende nochmal gehen werden. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin nur noch am gähnen, weil ich einfach so totmüde bin. Ey, Bro, was geht? Gott, aber es wird schön gefeiert, das Video. Ey, Bro. Äh, okay. Nichts spielten. Achso, diese Convention. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, ob wir noch in der letzten Folge dazu gekommen sind. Aber es gibt ja hier so eine Game World. Also so eine Gamescom heißt es ja. Oh scheiße, wir haben nicht genug Geld dafür. Wir müssen mal arbeiten gehen. Genau arbeiten, Alter. Wir müssen Geld dann schaffen. So, dann hätten wir 51 Euro. Dann kann man nochmal arbeiten. Also hier erstmal wieder unser Kunst-XP holen. Aber mittlerweile ist der XP nur noch sehr viel wert. Und oh Gott, wir verdienen hier richtig gut. Also nicht an Geld, aber an Abonnenten. Und das ist ja einfach mal geil. Übrigens tut mir das leid, wenn ich manchmal so einfach nur Stodder, also einfach nur Stodder, sie daran, ich rede etwas, dann fällt mir wieder was anderes ein und dann auf einmal kommt wieder doch das Interessante. Deswegen nochmal hier ein kleines Entschuldigung. Wie in der letzten Folge für die Maus. Ich werde das alles noch ringsby behalten. Beheben. Und einfach diese gestörten Geräusche, die ich mache. Ja komm. Ob wir uns unterhalten wollen. Ja, können wir ja immer machen. Weil erstmal muss ich mal gutes Geld anschaffen. Und dann kann man gerne mit dir chatten. Da habe ich nichts gegen. Aber wo geht nicht. Oh. Eine Begrüßung. Hast du gesagt? Achso, wir sollen jetzt eine auswählen. Kommt mir mal eine coole Begrüßung. So, ich bin etwas müde. Wie gesagt, ich nehme das direkt im Anschluss auf. Also, wer jetzt keine Ahnung hat. Wer das Video jetzt nicht geguckt hat. Wir haben jetzt vierte Vorelf. Und ich bin einfach extrem müde. Ich muss das Video noch gleich schneiden. Rendern. Und dann anschließend noch hochladen. Auf planmäßig stellen. Und dann auf, keine Ahnung, wann es hochgeladen werden soll. Und dann schlafen wir mal wieder. Hey, Daren. Ich will chatten. Ich chatte einfach mit dir. Und mit dir chatte ich noch. Oh Gott. Danach muss ich mal schlafen. Und dann will ich natürlich noch mit dem Markus chatten. Und dann mit der Kaylin nochmals. Und dann mit der Daren. Junge, ich hab doch gesagt, du gehst schlafen. Die Kuta hat einfach auf mich hört. Junge, beende das Chatten und geh schlafen. Alter. Wir haben hier ja schon wieder eine Karte. Nimm mal kurzer Kontakt. Mal beenden und jetzt schlafen gehen. Weil es ist ja auch sehr wichtig, dass er jetzt noch schlafen geht. Weil... Weil es einfach keinen richtigen Grund gibt. Jetzt müssen wir nochmal was essen und dann gehen wir nochmal lernen. Und danach nochmal ein neues Video aufnehmen. Mal beenden. 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 jetzt muss ich schon wieder gehen 23. Mal bisher schon so auf jeden Fall muss man jetzt mal hier checken wie wir sind jetzt so auf 102 plus so auf dem Niveau das müssen wir ja mal ein bisschen auf Peppen das hat jetzt nicht so richtig geklappt mit dem hier ich mal zu mir das so ein bisschen durcheinander damit es trotzdem wieder ja passt so und nein meine Mutter ich habe vor allem ich habe vor allem ich habe gelernt und jetzt kommt die wieder hier rein also was willst du oh Gott ich dachte schon ich muss trotzdem lernen damit ich eine 1 plus schraube wir wollen ja natürlich als guter Streber da gelten und nicht so einen schlechten Ruf haben deswegen aber was mir auffällt wir haben an Abonnenten verloren und die wird sich unterhalten das können wir ja gerne noch tun dann streichen wir einfach einlernen weil wir müssen ja danach noch mal schlafen und sonstiges wir nehmen jetzt schon wieder also ich nehme jetzt schon wieder 10 Minuten auf das heißt durchschnittlich hätte ich dann jetzt noch sogar 5 Minuten 1 1 so kann sich das erhältlich werden vor allem hier um dieser grüner Smiley dann noch mal lernen das ist ja rein deutsch haben dann haben wir die 1 bestimmt schon im sack wir schreiben und schreiben immer noch mit der das ist doch nicht normal von jünger der bank ich will diese beziehung nicht weiter ausbauen bis wir uns persönlich sehen gott heiße zu was fein und dort schweben wir laden sie ein ist das sein ernst setzt sich an meinen computer erst mal umarmen wir es hier als begrüßung ich will jetzt erst mal reden dann kaufe ich kann schnell neue sachen und dann flirte ich nach dem flirten gebe ich ihr ein geschenk leute so macht man sich am weiber an ganz im ernst erst umarmen sie dann redet man mit ihnen geht dann gerade schnell einkaufen flirte dann und dann gibt man ihnen ein geschenk ich kaufe mir einfach einen papierkorb alles klar auch wo chatten habe ich doch eher keine lust ich will wenn es schon mit der hier Und jetzt nach einem Date fragen, nach der Frage erstmal hier schön Papier drauf holen. Komm. Und. 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 Sie setzt sich einfach an meinen Computer. So. Willst du mich ficken. Junge. Ich hab's mir eigentlich ganz anders aufgestellt. Von mir aus kannst du bei mir wohnen. Äh. Ich hab's mir eigentlich ganz anders aufgestellt. Von mir aus kannst du bei mir wohnen. Äh. Schenk geben. Danach nochmal reden. Danach die Aufnahme beenden. Denn. Leute. Es ist jetzt mittlerweile wieder zu weit. Die letzte Folge ging schon eigentlich ein bisschen über die Grenze. Deswegen. Muss ich jetzt hier auch nochmal ein Ende setzen. Und. Ja. Wir schauen's dann wirklich. Schon im nächsten Video. Sie geht einfach nochmal an mein PC. Deswegen kann ich ja nicht meine Verabschiedung machen. Und. Deswegen mach ich sie jetzt einfach hier aus meinem. Äh. OBS Menü heraus. Einfach so. Deswegen. Ja. Wünsch ich euch noch alles Gute. Schönen Morgen. Abend. Oder auch. Wann auch immer ihr das Video guckt. Ich sage immer. Morgen Abend. Mittag. Warum auch immer. Obwohl es. Guten Morgen. Guten Mittag. Guten Abend heißt. Und deswegen. Sag ich euch trotzdem noch. Wunderschönen Tag. Haut rein. Tschau.